Hallo, ich. Gibt es ein Tod vor dem Leben? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Das Rätsel der Nicht-Existenz ist die Illusion, rückläufig dem Tode in Runden, Hallo, bin ich noch da? Oh. Auf der Wegstrecke verlor ich Teil meines Barthaares. Um der Sprachebild unterstützend beizuspringen. Irgendjemand sagte zu mir, was sagte er denn? Schrieb? Meinte? Und die fünf Minuten Klammer beuteln mich. Wo ist die Welt her? Wo ist sie hingegangen? Was soll das Ganze? Ich steige einfach mal aus, gehe einfach aus der Norm, entlaste mich der Norm und fülle die fünf Minuten mit Unsinn. Aber ergibt doppelter Unsinn letztendlich wieder einen Sinn? Ist sinnlos nicht schon wieder ein Sinn? Oho, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Hatte ich mich schon begrüßt? Ich denke, ja. Ich kann mich auch schon wieder verabschieden. Also, auf Wiedersehen, oder wie ist das, oder wann? Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt ins Internet stelle. Dieses Gespräch mit dem, der da in die Kamera guckt, den kenne ich gar nicht mehr. Die muss ich erstmal wieder analysieren. Muss ihn katalogisieren. Und muss ihn in so einen Schuhkarton packen. Und wenn ich den in den Karton habe, dann weiß ich, in dem Karton ist er, das ist er, der da im Karton ist. Dann klopft wieder von draußen der Allgemeiner sagt, Ruhe im Karton. Und dann sage ich, hallo Leute, ich bin der Karton und ich bin außerhalb des Kartons. Ich bin auch innerhalb des Kartons. Mich gibt es eigentlich gar nicht. Ich frage nach dem Leben vor dem Tod. Und nicht nach dem Tod. Nach dem Leben. Oder wie? Oh, entsetzlich. Ich habe mich eigentlich, mich selbst verraten. Ich bin doch einfach nur nicht. Nichts. So sein. Aha. Ich gebe einfach auf, fließe wie ein Pfannkuchen, bevor er gebraten wird, in ein Glas zurück und suche entzweifelt. Ich suche entzweifelt den Ausknopf. Wo habe ich den denn? Den müsste ich jetzt irgendwie tastend erwischen. Weil ich sehe, dass ich gleich fünf Minuten umhabe. Nein, diesmal war es ja ganz entsetzlich. Diesmal ist der Geist auf der Flasche entkommen. Und der schwirrt durch die Gegend. Und niemand hat ihn gesehen. Und niemand weiß warum. Wo ist der Ausknopf? Hallo.